Ich glaube, dass die ganze Welt und auch das menschliche Leben von Gott geschaffen wurde. Ich glaube auch, dass sich nichts in der Welt abspielt, von dem Gott nichts weiß. Die Menschen werden wohl einen freien Lauf haben, aber Gott kann sich dreinmischen, wann er will. Er hat mir auch meinen freien Lauf gelassen. Ob er sich bei meiner Tat auch drein gemischt hat und den Führer früher weggehen ließ, weiß ich nicht.